Die Münchenstift hat sich vor sechs Jahren auf den Weg gemacht, sich für Lesben, Schwule und Transmenschen zu öffnen. Zusammen mit vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir es geschafft, einen diskriminierungsfreien Raum für altgewordene Schwule und Transmenschen aufzubauen. Und wir wollen in den nächsten Jahren auch weiter dafür sorgen, dass wir für altgewordene Menschen aus der Community eine Heimat hier auch wirklich anbieten können. Die Welt braucht Wege! Die Welt braucht Wege!